Der Genesene an die Hoffnung Tödlich graute mir der Morgen, Doch schon lag mein Haupt wie süß Hoffnung, Dir im Schoß verborgen, bis der Sieg gewonnen hieß. Opfer brach' dich allen Göttern, doch vergessen war es du, Seitwärts von den ew'gen Rettern saß' du dem Feste zu. O vergib' du Vielgetreue, tritt aus deinem Dämmerlicht, Daß ich dir ins ewig neue Mondenhelle Angesicht, Einmal schaue recht von Herzen, Wie ein Kind und Sonderharm. Ach, nur einmal ohne Schmerzen Schließe mich in deinen Arm. Tödlich graute mir der Morgen Das Morgengrauen hat hier eine raffinierte Mehrdeutigkeit, Das Grau des Morgens, das Grauen vor dem Tod Und Grauen als Verb in der Bedeutung drohen. Doch schon lag mein Haupt wie süß Hoffnung, Dir im Schoß verborgen, bis der Sieg gewonnen hieß. Also schon oder noch auf dem Höhepunkt des Krankheitsverlaufs Hoffte der Erkrankte auf den Sieg gegen die Krankheit, Der dann auch kam. Opfer brach' dich allen Göttern, doch vergessen war es du. Interessant, daß der Pfarrer Mörike sein lyrisches Ich Ganz nach Art der Klassik in Anspielung auf die Antike Von Göttern in der Mehrzahl sprechen läßt. Seitwärts von den ewigen Rettern saßt du dem Feste zu. Es wird allerdings offengelassen, wer alles zu diesen Göttern, Diesen ewigen Rettern gehört, Denen er auf diesem imaginären Fest Opfer brachte. Gehört der Gott der Christenheit dazu? Es ist hier auch eine bemerkenswerte Mehrdeutigkeit am Werk. Es klingt wie aus der Perspektive eines antiken Menschen, Der tatsächlich einem ganzen Götterhimmel Opfer bringt. Gleichzeitig klingt es wie eine Metapher Auf den modernen Menschen, der allem Möglichen seine Opfer bringt. Gesellschaftliches Ansehen, Reichtum, Staat, Gelehrsamkeit und so weiter. O vergib' du vielgetreue, tritt aus deinem Dämmerlicht, Daß ich dir ins ewig neue, mondenhelle Angesicht Einmal schaue recht von Herzen, wie ein Kind und sonder harm. Einmal ist in diesem Sinne zu verstehen, Daß man sonst, solange es einem gut geht, Nie der Hoffnung, die hier zu einem Gott personifiziert ist, gedenkt. Nur dieses eine Mal soll es anders sein, Und zwar harmlos wie ein Kind, Also ohne jede Berechnung auf künftigen Vorteil. Ach, nur einmal ohne Schmerzen schließe mich in deinen Arm. Nur die Schmerzen lassen einen daran denken, Daß es Hoffnung gibt. Einmal der Hoffnung danken, Auch wenn man keine Schmerzen hat. Das ist sein Wunsch. Das ist sein Wunsch. Das ist ein Wunsch. Untertitelung des ZDF, 2020